Bahnsteig 3 Railjet 534 nach Wien Hauptbahnhof über Brug an der Muhr fährt ein. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor B. Attention please. Railjet 534 nach Wien Hauptbahnhof via Brug an der Muhr is arriving at Platform 3. The First Class and the Business Class is in Sektor B. Railjet 534 Nach ..." Vielen Dank. Vielen Dank.